Achso. Okay. Hallo, das ist Marlene Marquardt speaking. Also, ich mache es kurz mit meiner Präsentation, weil ich nämlich keine Zeit habe. Und ich weiß, Leute, die im Showbiz, die haben überhaupt keine Zeit. Und meine Präsentation ist nur 5 Minuten lang. Und glaubt ja nicht, dass ich euch zeige, was ich kann. Wenn ich euch in 5 Minuten zeigen könnte, was ich kann, dann würde ich nichts können. Also, Film ab. Und das haut euch um. Nummer 1. Zweige gleiche Leier. Wieso gleiche Leier? Meine Güte. Hallo, das ist Marlene Marquardt speaking. Ich mache es kurz mit meiner Präsentation, weil ich nämlich keine Zeit habe. Und jetzt habe ich meinen Text vergessen, aber das macht nichts. Wisst ihr warum? Warum? Weil ich es nämlich so kurz mache, dass ich nämlich die erste Version nehmen möchte. Ich kann mich nicht mal an den ersten Take erinnern. Der erste Take war geil. Der erste Take war... Franz, wirklich, glaub mir, der erste Take war... Franz, brauch ich nicht. Das ist bei mir so. Das war es schon. Wir haben eine Dame bei uns zu Gast. Sie ist Schauspielerin, sie ist Komponistin und sie ist zugleich Sängerin. Das ist natürlich enormer Zeitaufwand. Und dennoch, sie hat die Zeit gefunden, eine neue CD aufzunehmen. Diese CD heißt Franz. Freuen Sie sich auf Marlene mit ihrem Titel Babyboy. Randy Boone. Baby boy. Baby boy. Baby boy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist Marlene. Die 27-Jährige aus Speyer ist Künstlerin von ganzem Herzen. Mal extrovertiertes Energiebündel, im nächsten Moment melancholisch und in sich gekehrt. Ihre facettenreiche Persönlichkeit passt ebenso wenig in eine Schublade wie ihr künstlerisches Schaffen. Marlene komponiert und textet, singt, spielt Klavier, sie schreibt Theaterstücke und Musicals, ist Schauspielerin und führt Regie. Bei all dem ist sie recht erfolgreich, ist zum Beispiel deutsche Keyboarderin des Jahres 1995 und zweimalige Gewinnerin des Rock- und Poppreises Rheinland-Pfalz. Ihre Theaterstücke werden jeweils bis zu 200 Mal gespielt. Wir trafen Marlene in ihrer Wohnung, wo sie auch arbeitet. Ein Raum voller Wärme und Kreativität. TV-Ted Wir sind der Arm aus dem Trupp! Ich bin Hup-Hup-Hup-Hup! Und wir ziehen jetzt in die W-D-A-M-A-Z-Fahr ein. Über ihrem Theatersaal hat Marlene auch noch ein Atelier, denn Musik und Schauspiel sind nicht ihre einzigen Begabungen. Ich bin Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup. Ich bin Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup. Ich bin Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup. Ich bin Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup-Hup- Das ist ein schönes Bild, gefällt mir gut, okay, voilà, macht's gut, tschüss, see you.